Der beheizbare Akubal ist als Entspannungswechsel gedacht, um verspannte Muskeln und Gelenke zu lockern. Benutzen Sie den Spinaline Belt und bringen Sie ihn direkt hinter Ihren Nacken. Die Präzisionspunkte auf dem Akubal werden in die Muskeln eindringen und Sie trennen, wodurch diese entspannen. Sie erlauben auch den Gelenken in Ihrem Hals, sich innerhalb von drei Minuten zu lockern. Finden Sie den Punkt, von dem Ihr Körper wünscht, dass Sie ihn bearbeiten. Sie werden es wissen, wenn Sie ihn gefunden haben, weil es dort eine ausgeprägte Empfindlichkeit gibt, die Ihnen sagt, dass Sie dort arbeiten sollten. Indem Sie dort drei Minuten entspannen, werden die Muskeln und Gelenke sich lockern. Ihr zentralen Nervensystem wird sich gleichfalls beruhigen. Viele Leute fühlen ein gesteigertes Wohlbefinden. Das Akubal kann auch dazu benutzt werden, um Ihren Hals zu lockern. Setzen Sie es für ein tieferes Eindringen auf ein Buch von zweieinhalb Zentimeter. Wenn Sie einen Punkt finden, wird Ihr Körper Ihnen sagen, ja, das ist er und Sie werden merken, dass Sie dort beginnen sollten. Jetzt achten Sie darauf, wie der Akubal und das Akubak auf Ihren Hirnstamm wirkt. Dies ist, wo alle Informationen zu und von Ihrem Gehirn fließen und es ist das Hauptzentrum für das Wohlbefinden und die Gesundheit. Denken Sie daran, dass drei Minuten auf jedem Punkt die optimale Erleichterung bringt. Die ersten 30 bis 60 Sekunden könnten schmerzhaft sein. Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Machen Sie einfach weiter. Falls Sie verspannte Muskeln auf der Rückseite Ihres Halses haben, haben Sie wahrscheinlich auch verspannte Muskeln auf der Vorderseite Ihres Halses. Benutzen Sie die Spitzen auf der Unterseite des heißbaren Akubak, um die Vorderseite Ihres Halses zu lösen. Diese Muskeln werden einen wechselseitigen Entspannungseffekt auf die Muskeln auf der Rückseite Ihres Halses haben.